Langsam ist der Herbst auch in Pochaga angekommen. Hier sind noch unsere Äpfel, die zu Zuika gemacht werden sollen. Den Rest haben wir schon ins Auto geladen. Und gleich fahren wir zu Dino, unserem Schnapsbrenner. So, hier wird gerade die erste Tour abgefüllt, wird zweimal gebrannt. Hier ist der Brenn-Open, der Kupferkessel, hier durch das Rohr kommt es geflossen. Hier wird es dann umgehend und rührt. Nun, wie nicht der Facebook. Und hier, in diesem kleinen Eimer, kommt dann die erste Brennung rein.